Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8, 9 und 10, wie ihr wisst, die Ausbildungsbörse in diesem Jahr musste coronabedingt ausfallen und trotzdem ist es für euch natürlich wichtig, sozusagen das, was face-to-face nicht möglich ist, auf andere Art und Weise zu bekommen, nämlich Informationen über die Berufswahl und über Möglichkeiten der Ausbildung. Wir haben uns deswegen entschieden, auf der Homepage, auf der Seite www.ausbildungsbörse-bo.de Informationen bereitzustellen, die euch ganz bestimmt weiterhelfen werden. Und das für alle Schülerinnen und Schüler in Rilon und in Oldsberg, denn die Ausbildungsbörse machen wir ja gemeinsam. Geht mal auf diese Seite und holt euch die Informationen, Einzelheiten dazu, wie das funktioniert, die gibt uns jetzt mal unser Wirtschaftsförderer Oliver Dülme. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse. Liebe Schülerinnen und Schüler, es war alles vorbereitet. 120 Aussteller waren bereit, euch am 18.03. über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Region zu informieren. Leider, der Bürgermeister hat es gerade gesagt, konnten wir die Messe nicht durchführen. Dennoch sind die Informationen nicht verloren. Ihr findet alle Infos auf der Homepage. Wie ihr diese Infos genau findet, dafür haben wir drei Tutorials erstellt. Zunächst erklären wir euch oder findet ihr Infos über die Aussteller, die tatsächlich an dem Tag vor Ort gewesen wären, in den Tutorial Ausbildungsbörse. Im Tutorial Ausbildungskompass findet ihr darüber hinaus noch Informationen zu weiteren Unternehmen aus Brilon und Oldsberg, die ebenfalls Ausbildungsplätze anbieten. Und abschließend haben wir noch ein Tutorial über unsere Praktikumsplatzübersicht erstellt, wo ihr Informationen über das Praktikum hier in der Region findet. Viel Spaß beim Stöbern auf der Homepage. Viel Spaß beim Stöbern auf der Homepage.